Diese Sportart passt am besten zu deinem Sternzeichen. Du denkst, du bist ein Sportmuffel oder dir fehlt einfach das nötige Talent? Ich bin fest davon überzeugt, dass in jedem von uns ein kleiner Athlet oder eine kleine Athletin versteckt ist. Vielleicht hast du deine perfekte Sportart einfach noch nicht gefunden. Ich verrate dir heute, welche Sportart am besten zu deinem Sternzeichen passt. Steinbock Der Steinbock ist sehr zielorientiert und macht keine halben Sachen. Was du beginnst, wird auch beendet. Mit Laufen kannst du dir deine eigenen Ziele setzen und dich von Woche zu Woche steigern. Wassermann Der Wassermann ist immer für eine Überraschung gut und probiert gerne mal Dinge aus, die auf den ersten Blick als skurril und speziell erscheinen. Dennoch interessierst du dich mehr für Sportarten, die weniger extrem sind. Probier es doch mal mit Akrobatik. Fische 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 sind verräumte und verträumte Wesen und entfliehen gerne mal der Realität. Dafür eignet sich Surfen perfekt. Sie suchen nach einem Sport, mit dem sie eins sein können. Und ja, es ist wirklich so. Fische fühlen sich am wohlsten im Wasser. Witter 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 sind verdammt ehrgeizige Menschen und brodeln nur so vor Energie, die sie auch wieder loswerden müssen. Deshalb sprich dich Boxen mit Sicherheit an. Stier Als Stier bringst du viel Geduld und Ausdauer mit. Dir ist es wichtig, Spaß zu haben, aber trotzdem Leistung zu bringen. Tennis wäre da ein guter Ausgleich. Zwilling Zwillinge lieben es, unter Leuten zu sein. Sie sind sehr kontaktfreudig und brauchen eine Sportart, die das unterstützt. Für den Zwilling eignet sich jeder Mannschaftssport, wie zum Beispiel Volleyball. Krebs 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 sind sensible und treue Wesen und suchen auch im Sport nach Entspannung und Ruhe. Der perfekte Ausgleich für den Krebs ist Yoga. Löwe Der Löwe liebt es, von anderen bewundert zu werden und zeigt dies auch gerne in den unterschiedlichsten Sportarten. Er tritt immer sehr selbstbewusst auf und gibt 100%. Eine Sportart wie Leichtathletik gibt dir den besonderen Kick, den du benötigst. Jungfrau Der Jungfrau geht es darum, sich selbst zu verbessern. Sie erreicht ihre Ziele lieber alleine. Es geht ihr nicht um das Gewinnen, sondern darum, sich selbst zu verbessern und an ihrer Gesundheit zu arbeiten. Deshalb eignet sich Ausdauertraining im Fitnessstudio sehr gut für sie. Waage Die eitle Waage will beim Sport etwas erreichen, aber dabei auch ästhetisch aussehen. Tanzen ist in jeder Form dafür perfekt für sie. Skorpion Skorpione sind vielleicht nicht die größten Sportler, dennoch brauchen sie hier und da mal einen ordentlichen Adrenalinkick. Ich bin davon überzeugt, dass dich Wildwasserrafting begeistern wird. Schütze Hauptsache Spaß haben, das ist das Motto der Schützen. Du bist freiheitsliebend und stark. Dir wird außerdem schnell langweilig. Reiten wäre da bestens für dich geeignet. Schütze 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 Schütze